Wer würde das sonnige Hochdruckwetter, dieses tolle Frühlingswetter, nicht gern uneingeschränkt genießen, ohne Sorgen, ohne Gedanken an Corona. Aber die Lage ist eben einfach mal so, wie sie ist. In Sachen Wetter natürlich auch. Die Wetterlage müssen wir auch hinnehmen. Die ist nämlich bestimmt von einer Hochdruckzone am Karsamstag. Und das Hoch wird stabil halten und zwar auf jeden Fall noch am Ostersonntag. Und Ostermontag stellt sich die Wetterlage komplett um. Dann kommen wir in den Zustrom von polarer Kaltluft und dann werden wir ganz andere Temperaturen und ganz anderes Wetter erleben als momentan. Blicken wir auf die Sonnenausbeute für den Karsamstag. Also da geht relativ viel, maximal möglichst so knapp über 13 Sonnenstunden. 10 bis 13 wird es verbreitet geben. Einzig im Norden gibt es ab und zu Schatten durch Wolken, die durchziehen. Die sind am Vormittag in Schleswig-Holstein ein bisschen zahlreicher. Und die kommen dann im Laufe des Nachmittags dann vor allem auch in Meckpomm, auch im nördlichen Brandenburg an. Aber wie gesagt, zwischendurch auch im Norden Sonnenschein und sonst oft Sonne pur und nur wenige kleine Schönwetterwolken über den Bergen. Die Trockenheit geht auch weiter, auch so ein bisschen nachteilig bei dieser Wetterlage, weil die Landwirte würden eigentlich flächendeckenden Landregen gebrauchen. Den wird es aber erstmal nicht geben. Dafür Temperaturen bis zu 26 Grad im Südwesten. Sommerwärme dort hingegen ganz schön kühl an der Ostsee, gerade mal an die 11 oder 10 Grad nur an den Stränden der Ostsee. Also dort eher frisch das Ganze nach dieser frostigen Nacht. Dann folgt der Ostersonntag. Da kommt die Wärme mal für einen Tag auch im Norden an mit 20 Grad. Im Nachmittagsverlauf bilden sich nur ganz vereinzelt Regenschauer und Gewitter. Aber viel wird da nicht passieren. Für die meisten auf jeden Fall ein trockener und sonniger und sehr warmer Ostersonntag. Und am Ostermontag kommt dann eben die Wetterumstellung. Da zieht eine Kaltfront durch mit Schauern. Vorlaufend einzelne Gewitter im Süden. Hinter der Front lockert es schon wieder auf. Und danach folgen von Norden einzelne Schnee-, Regen- und Graupeschauer. In den trockenen Phasen um 10 Grad, in den Schauern gerade mal 2 Grad. Also eine ganz schön kalte Luftmasse, die dann von Norden einsickert und diese Wärme im Süden vertreibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017